Ich begrüße Sie sehr herzlich zum heutigen BAV Symposium. Also ich bin schwer begeistert. Das Niveau der Leute, der Teilnehmer, das Niveau der Referenten ist ein Hammer. Das ist ein Must-Have in unserer Branche, denke ich schon. Ja, mega. Also sehr viel fachliches Know-how und genau das habe ich auch erwartet. Das sind Veranstaltungen, die muss man einfach, wenn man im Bereich betriebischer Altersversorgung unterwegs ist, sich reinziehen. Und ja, es ist wie Klassentreffen. Man trifft wieder die Key-Accounter der Gesellschaft und kann den fachlichen Austausch gehen. Macht Spaß. Ich bin schwer, wenn man im Bereich betriebischer Altersversorgung durchgeführt wird. Untertitelung des ZDF, 2020